hallo und herzlich willkommen zurück zu super fun time mein name ist steve parker und ich bringe euch heute ein weiteres spannendes pokémon x und y wifi battle doch bevor wir zu der teamanalyse kommen möchte ich mir noch etwas feedback von euch leuten da draußen einsam denn ein bisschen marktforschung muss sein ich bin ja stetig bemüht die qualität der videos von mal zu mal immer wieder ein ganz kleines bisschen anzuheben das werden wir doch hier in diesem video eine kleine kleinigkeit wahrscheinlich bemerken denn ich habe hier testweise die ingame musik die ingame sounds rausgeschnitten und dafür das video mit schönen pokémon remixes aus dem internet aufgeschmückt denn davon gibt es tatsächlich eine ganze menge die leute sind richtig dann geht machen richtig coole sachen mit den sounds die namen der künstler werden selbstverständlich im video angezeigt im beschreibungstext findet ihr dann weiteren links zu den ganzen leuten damit ihr euch noch mehr von der coolen musik geben könnt an dieser stelle ist es mir aber wichtig dass ihr mir sagt ob jetzt gut oder schlecht findet wie gesagt ich persönlich fit ganz angenehm ich finde es tatsächlich schade dass man die ingame sound effekte nicht separat von der musik einschalten kann aber naja so ist das spiel nun mal also wie gesagt feedback wäre richtig richtig cool aber genug business talk kommen wir zu der teamanalyse für diese woche mein team diese woche ist leider von der synergie nicht ganz so optimal liegt aber auf jeden fall daran dass das sehr sehr spontan entstanden ist ich wollte auf jeden fall drei neue pokémon testen das ist erger und clefky und croat und sachen die ich mir frisch gezüchtet habe habe ich einfach ins team gepackt und dann den rest einfach mal dazu gebaut damit irgendwie doch noch kompatibel ist hinzu kommt noch dass einige moveset der pokémon sehr gimmicky sind er kann zum beispiel welches mein mega erger und ist in diesem fall beherrscht ragontales der frocks taunt und iron hat also probiert der frock raus und dann die ganze zeit das ganze team durch zu phasen damit es die ganze zeit der frock der mensch bekommt ist sicher nicht das optimalste aber manchmal ist es wirklich gut nicht nur die smorgung guides zu lesen nachzumachen sondern einfach mal was unerwartetes zu machen und ich glaube damit werden wir ganz gut fahren zusätzlich dazu hat dieses mega agron ewe investition in spezialdefensive weil ich einfach finde mit den gigantischen defensiven werten wird sowieso jeder physische angriff zu einem maximal free hit ko wahrscheinlich noch schlechter und es ist manchmal besser auch auf der spezial defensiven seite die sachen ein bisschen safe zu halten als sich nur auf einen angriffstipp zu spezialisieren perfekte synergie zu diesem gameplan mit mega agron bietet syrveon mega agron wird wahrscheinlich permanent immer wieder ein ganz kleines bisschen schaden bekommen was er aber auf die dauer nicht unbedingt gut aushalten kann dafür haben wir syrveon welches mit wish die verloren hp wieder sofort zurückschicken kann clefki an dieser stelle hat ein neuer set das heißt es benutzt thunderwave und swagger bisschen random sage ich mal fast aber das leben ist ein glücksspiel und wir setzen in diesem fall auf sieg ein anderer neuling in diesem team ist das crawdon bin absolut begeistert von den dingen bin fan vom design und habe mir deswegen ganz gezüchtet habe dann im nachhinein gemerkt wie ultra stark es ist denn knockoff wurde in dieser geng gebuff dass das jedes pokémon das das lernen kann ist auf jeden fall jetzt schon potenziell gefährlich für den gegner es kann dragondance das heißt sobald es ein oder zwei dragondance hinter sich gebracht hat ist das ding kaum mehr aufzuhalten hat crabhammer und aquajet um den schaden zu machen natürlich mit knockoff noch mal mehr schadenspotenzial auf jeden fall nicht zu unterschätzen der kleine gute krebs leider 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 ist der gegner diese woche viel viel besser vorbereitet als ich perfekt gutes team super viele frets sachen die ich absolut nicht händeln kann gliskor ich habe leider kein ice up move um gliskor wirklich gut besiegen zu gehen dasselbe mit dem rapidspinner extra drill hasse ich zerstört mich in jedem match wo es vorkommt und kann unsere steve rocks wegspinnen was natürlich super schlecht ist für unsere super lustige gimmicky taktik aber dennoch glaube ich an unser team und hoffe dass das irgendwie gut funktionieren wird deswegen freut euch auf ein spannendes match viel spaß so das match fängt an wir entscheiden uns dafür mit agron anzufangen weil er relativ früh steve rocks auslegen kann womit der gegner erst mal dealen muss denn die treffen ihn wirklich sehr sehr hart außerdem sind wir da auf der sicheren seite da mega agron auf jeden fall fast alle angriffe vom gegner gut aushalten kann außer vielleicht volker die aber wahrscheinlich nicht anfangen wird dergegen entscheidet sich dafür sein mega pokémon reinzuholen was in diesem fall sein mega absol ist das setzt mich gewissermaßen sehr unterdrückt da ich weiß dass absol ein super vielseitiges pokémon sein weil es kann es kann auf angriff gehen es kann auf spezial angriff gehen es kann schwertanz durch starten es könnte auch andere feuer type muss im start haben deswegen mein ziel an dieser stelle ist das ding los zu werden einfach weg damit leider habe ich an dieser stelle schon die erste faustregel was mega absolut angeht nämlich dass es immer mit protect startet damit es auf seinen besseren initiativwert kommt und auf seine spezial abilität deswegen geht leider mein ringtail in die lehre rein dennoch scheint es raus wechseln zu wollen denn das sagt mir jetzt vor allen dingen dass es auf keinen fall spezial angriff investitionen hat und das ist wahrscheinlich kein feier der pf beherrscht deswegen hat es hier keine chance gesehen wechselt sein extra drill rein wird aber sofort weggefegt und wir haben glück mit unserem ringtail holen wir greninja rein der absolut erstmal nichts gegen unser mega agron machen kann der gegner sieht das zum glück genauso wechselt also mit u-turn raus und wir haben da die perfekte gelegenheit unsere stealth rocks rauszuhauen denn die treffen den gegner wirklich sehr sehr hart vor allem 50 prozent schaden obwohl corona ist etwas was ich sehr sehr begrüße in diesem team der gegner entschließt sich an dieser stelle das pokémon einzuwechsen welches sich als größten fred in seinem team einschätzen wird das ist gliskor denn leider 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 fehlt mir da der richtige counter im team ich habe leider gar keinen ice type move oder irgendwelche super starken spezial attacken die das ding in einen hit rausnehmen können problem ist dass es sich die ganze zeit gegenheilen wird das gute ist an dieser stelle dass wir mit unserem steel type mega agron immun gegen sein toxin sind können tatsächlich ganz gut den schaden anstecken und hauen ist erstmal dragontail raus denn momentan habe ich da wirklich gar keine lust irgendwie mitzudealen und perfekt die freude ist groß das gegnerische greninja wird rausgezogen kriegt schon mal guten schaden von den ganzen passiven schadensquellen von den stealth rocks von seinen recall life op damage natürlich wechselt es raus das haben wir natürlich predicted gehen auf unser iron hat damit ja auch mal ein bisschen schaden machen der mega agron hat tatsächlich gar nicht mal so schlechten angriffswert dass das egal was reinkommt es wird auf jeden fall ein bisschen auf die fresse bekommen sicherlich wäre es auch eine option gewesen selber rauszuswitchen aber ich will einfach mit mega agron so viel druck aufbauen wie möglich immer wieder stealth rocks raushauen falls sie wieder rausgenommen werden und einfach mit den dragontail hin und her etwas wipen dass die kinder immer wieder reinkommen residential damage bekommen und der gegner geht auf seinen extra drill das kriegt richtig richtig guten schaden durch das iron hat hier hätte ich tatsächlich erwartet dass extra drill an dieser stelle entweder raus switch weil er einfach erwarten muss dass ich nochmal iron hat einsetzen und damit kill oder tatsächlich auf earthquake geht damit ich einfach ein bisschen schaden bekomme aber tatsächlich geht er auf rapid spin macht mir natürlich gar keinen schaden ich gehe leider auf dragontail an dieser stelle weil wie gesagt ich hätte erwartet dass irgendwas anderes starkes reinkommt und leider zwitschig na was ist leider natürlich kommt rein sehr gut aber leider keine stealth rocks um den schaden zu maximieren dennoch befinden wir uns hier an einer ziemlich guten besuchung denn wir wissen einfach dass dieses greninja mal wieder rauswitchen wird das heißt wir haben genug gelegenheit nochmals stealth rocks rauszuhauen damit die einfach bleiben ich will dass stealth rocks draußen bleiben das ist einfach ein super guter move macht perfekten damage gegen sein team er entschließt sich an dieser stelle glisco rein zu holen wie gesagt immer noch der größte fred wie ich finde in seinem team stealth rocks kommt raus das ist schon mal sehr sehr gut der gegner entschließt sich an dieser stelle in die offensive zu gehen macht wirklich gigantischen schaden mit seinen earthquake wenn man bedenkt dass mega agron super defensiv ist und eine super gute ability hat die nochmal den schaden von super effektiven angriffen um 50 prozent dezimiert dennoch gute gelegenheit und auf taunt zu gehen denn ich habe absolut keine lust auf toxin auf substitute auf protect keine lust damit zu dealen deswegen dieses gliss core ist wahrscheinlich erst mal in earthcraft gelockt mega agron hat an dieser stelle schon genug für steam gemacht deswegen switchen wir jetzt raus wir geben ihm eine kleine pause und holen unser sylveon rein welches mit dem guten death investment und dem wesen bolt ich glaube es ist bolt also plus auf defensive werte auf jeden fall ziemlich gut die earthquakes stoppen kann an dieser stelle habe ich predikt dass der gegner entweder protect einsetzt oder rauswischt er switch tatsächlich raus und wir sind da nicht auf einen angriff gegangen sondern haben einen wish rausgelegt das ist schon ziemlich gut und es ist schön dass er auf frostless raus wechselt denn die kriegt erstmal schöne 25 prozent schaden durch unsere stealth rocks mit dem wissen dass ein schöner wunsch in der luft rumschwebt und dass frostless wahrscheinlich auf irgendwelchen utility scheiß zurückgreifen wird wechseln wir unser sylveon raus holen unser mega agron rein das erstmal gleich richtig schön geheilt wird denn ein gesundes agron ist ein glückliches agron leider ist hier wieder eine stelle wo ich unglücklich realisieren muss dass ein frostless spikes hat wieso kann ein frostless spikes das sieht nicht so aus ob es sowas könnte liebe leute her draußen wieder erklärt es mir auf jeden fall hat es mich dass ich überrasche ich habe leider keine rapidspinne werde also glaube ich davon richtig hart in den arsch gefickt wie man so schön sagt denn ich habe einen focus test user der jetzt momentan mehr oder weniger nutzlos sein wird dadurch aber immerhin wir machen guten schaden mit dragon tail kriegen das ding raus extra drill kommt leider rein ist nicht die optimalste wahl aber egal wir freuen uns trotzdem dass wir an dieser stelle vielleicht das ding rausbekommen wir entscheiden uns an dieser stelle mit iron hat in die offensive zu gehen einfach in der hoffen und dass wir genug schaden machen werden um das gute ding endlich aus dem kampf rauszunehmen und endlich wären unsere stealth rocks dann auch sicher er entschließt sich auf rapid spin zu gehen wir merken davon helft technisch einfach mal gar nicht hauen einfach mal unseren schaden rein es reicht aber nicht ist das tatsächlich die schuld von left over so ein bisschen mehr ist wahrscheinlich übrig geblieben traurig aber es ist okay beim nächsten hit wird es auf jeden fall sterben der gegner schließt sich auch mal gegen anzugreifen benutzt earth kick was wirklich gigantischen schaden macht aber okay wir benutzen weiterhin iron hat und nehmen das ding komplett aus dem spiel juhu juhu unsere stealth rocks sind sicher sofern wir neue auslegen können denn unser mega und ist tatsächlich ziemlich hart angehauen worden der gegner entscheidet sich seinen zweiten earth break user ins spiel zu holen deja vu würde ich bei einer sagen und er macht hier was ultra clever ist er hat sich daran erinnert meine krupp faust kann taunt wird wahrscheinlich dieses nochmal nutzen ich swish also raus hole mega absolut rein das counter das magic bounce so heißt diese ability das zurück deswegen sehr sehr gut gespielt mein lieber lindo das zwingt mich leider mit meinen mega agon auch rauszuspischen er wechselt aber genauso gut raus und holt sein glisco noch mal rein switch switch switcheroo irgendwie aber trotzdem ziemlich gut gespielt wir verstärken den deja vu moment noch mal indem wir unser sylveon reinholen irgendwie sieht man in den ersten sechs minuten relativ wenig von meinem team ist ja nur zwei pokémon gezeigt egal sylveon wird das hier schon noch reißen an dieser stelle erwarte ich etwas offensive vom gegner tatsächlich er geht auf toxin was ich okay finde ich glaube earth crack hätte mich da wesentlich härter getroffen und das gibt uns gelegenheit selbst ein bisschen schaden zu machen mit moon blast und der schaden ist gut wir sind das 40 prozent ungefähr und wir hätten noch die gelegenheit gehabt seine spezialfertigung weiter zu senken problem ist natürlich dass er sich mit toxico unglaublich gut gegen heilen kann aber liebe freunde draußen das kennen wir mit sylveon auch mit wish und momentan ist wahrscheinlich der beste moment das zu machen denn der gegner wird höchstwahrscheinlich auf protect gehen denn das ist das was glisco macht immer angreifen protect angreifen protect das nutzen wir außen legen unseren wunsch in die luft raus an dieser stelle startet sozusagen ein kleines kopf an kopf rennen zwischen sylveon glisco denn was wir jetzt machen werden ist in der abwechslung angreifen heilen angreifen heilen angreifen heilen das problem ist dass ich auf dauer dieses rennen verlieren werde denn ich bin leider sehr stark vergiftet das heißt ich würde pro runde immer mehr gift schaden bekommen was ich einfach nicht gegen heilen könnte was mich an dieser stelle theoretisch super glücklich machen würde es entweder ein crit oder die verringerung seine spezial defensiven wert ist woraus moonblast ein two hit ko wird und dann ist glisco auch kein problem für sylveon dennoch stehe ich gar nicht so schlecht nach der ersten auseinandersetzung da ich bin bei fast 100 prozent kp während der gegner bei 40 prozent 45 prozent irgendwie rumdüppelt was wie gesagt vollkommen okay ist das problem ist er wird nochmal protect benutzen wird sich also nochmal mit toxic op gegen heilen können wie gesagt wir sind dann wieder gezwungen unseren wish rauszuholen denn wir können gegen protect leider gar nichts machen an dieser stelle hätte ich doch nur ein flug pokémon oder ein pokémon mit levitate das wäre natürlich perfekt für die situation aber wie schon im intro gesagt ist die team komposition sehr spontan entstanden dass das match allgemein ist super spontan entstanden an dieser stelle mache ich was super riskantes deswegen liebe kinder auch hier bitte nicht nachmachen dass wir wirklich mehr glück als verstand dabei dass das funktioniert ich wünsche meinen sylveon rein denn auf dauer hätte ich diesen kampf auf jeden fall verloren ich hole meine krupp fast rein in form eines mega grund hoffe einfach biete zum großen poker gott dass ich das nächste earthquake überleben kann spikes macht leider viel zu viel schaden wenn ich das überleben würde würde mich so weit hoch ein und ich überlebe es es ist es ist unfassbar mit sechs happy deswegen liebe leute jedes happy investment in all wie es lohnt sich deswegen das bitte nicht und unterschätzen wir können uns gegen halt das wunderschön glissko geht natürlich auch protect wie auch immer das predikten wir deswegen nutzen wir stealth rocks die er aber in diesem fall nicht mehr rapid spinnen kann an dieser stelle bin ich hin und her gerissen was denn meine optionen in diesen kampfen noch sind theoretisch weiß ich ja noch seinen vierten move nicht was unter umständen substitute sein könnte glaube ich aber nicht sonst hätte er schon längst beim sylveon fight eingesetzt was mich komplett auseinander genommen hätte ich benutze dragontail bin happy dass er vorher auf öfter gegangen ist hau ihn raus hole zum glück frostless raus die erstmal richtig guten schaden von den neuen stealth rocks bekommen ist auf ihren letzten 25 prozent geht auf destiny bond das habe ich tatsächlich erwartet denn das einzige weiß ich über frost ist weiß ist dass es destiny bond lernt deswegen benutze ich an dieser stelle taunt und setze es quasi komplett außer gefecht ich habe keine ahnung besitzt frostless attacken ich glaube als strahl vielleicht wir werden sehen an dieser stelle mache ich leider was sehr sehr dummes ich habe leider vergessen wie viel schaden sylveon eigentlich von allen sachen bekommt von von spikes vom poison kriegt noch den eistrahl ab ich habe eigentlich geplanten wisch rauszulegen wieder mega agron reinzuholen um ihn wieder gegen heilen zu können das heißt perfekte synergie zwischen den beiden leider kann ich hier mit silver nichts mehr machen sie würde auf jeden fall ausgespeedet werden würde vom eistrahl zerstört werden wisch würde einfach nichts mehr machen deswegen sind wir hier leider wieder gezwungen raus zu wechseln und holen unseren hausmeister raus unseren clef key wir kriegen hier einen eistrahl ab dem wir noch ganz gut weg tanken können also der schaden ist okay aber dennoch unser plan an dieser stelle ist voll plan zu setzen entweder stirbt dieses frostless an fullplay oder er wechselt raus und alles was er rein wechseln kann wird guten schaden nehmen oder sterben ausgenommen sein wohl corona was glaube ich ein guter switch gewesen wäre aber trotzdem er entscheidet sich dazu sein mega absolut reinzuholen perfekt denn das hat richtig guten angriffswert das heißt damit können wir mit fullplay richtig guten schaden machen ich weiß an dieser stelle nicht hundertprozentig wieso er absolut rein geholt hat nicht vielleicht was anderes ich weiß wohl corona hätte auf jeden fall 50 prozent schaden durch die stealth rocks bekommen trotzdem wäre es glaube ich sicherer gewesen denn hier ähm fullplay hat 50 prozent schaden an diesen mega absolut gemacht trotzdem habe ich ein bisschen angst dass er gleich auf dem firetap move geht deswegen switchen wir unser sylveon rein einfach nur damit es sterben kann und dass wir quasi gleich einen freien switch in einen schönen upsell counter reinhauen können und hier meine damen und teilen einen kleinen trommelwirbel für den dümmsten move in diesem spiel und in allen spielen die ich jemals machen werde denn ich habe gedacht steve du bist so ein cleverer typ du holst dir jetzt dein chenlo rein das ist choice gab ich werde es auf jeden fall ausbiegen können aber ich gehe auf einen total cleveren move habe aber komplett wirklich komplett vergessen dass absolute sucker punch beherrscht das problem ist ich würde hier als ausrede benutzen niemand weiß was mega absolut heutzutage kann aber im letzten mensch habe ich ja selbst 1 gesagt es hatte auch ein zuckerband wieso wieso habe ich das vergessen das war das war richtig aber wir verlieren auch unser super starkes channel an dieser stelle traurig 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 aber ich laber hier währenddessen gewinnt mein crowd und ich bin totaler fan von dir den 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 kampf und an dieser stelle bin ich ein ganz kleines bisschen verwirrt in der switch wohl corona rein also feiert gegen water type ist vielleicht nicht ganz so clever also kriegen wir auf jeden fall mit einen one weg was ist das flame body verbrennt mich das kann auf keinen fall leute das kann auf keinen fall geplant worden sein wenn dann ist das der absolute meister hexer aus dem internet und aber trotzdem wir haben wohl corona dawn ein riesengroßer fred eigentlich okay mit staff rocks bisschen weniger aber wir sind leider verbrannt was nicht so gut ist denn wir sind so ein bisschen abhängig davon dass wir richtig guten schaden machen mit crowd und passt schon wir überleben das earthquake zum glück können mit unserem kreiber richtig guten schaden machen leider nicht genug werden wir doch nur nicht verbrannt haben wir das ein one hit gewesen wir wären super glücklich gewesen das problem ist dass das glisco mit protect sich jetzt noch mal schützen kann und uns das burn auseinannnimmt leider kann auch nicht mehr verwirrt ich habe einfach aquajet benutzt weil ich irgendwas benutzen wollte musste und er hat trotzdem nicht protect hat er schon zehnmal protect eingesetzt in den kampf und die pps sind ausgegangen oder er hat vergessen dass aquajet priorität hat und hat erwartet dass er schnell ist ich habe keine ahnung was sein gedanken set war ich bin einfach glücklich dass das ganze funktionierte er holt sein frost list rein das stirbt das heißt er hat es wahrscheinlich nur reingesetzt weil es sowieso sterben würde und er wollte sehen welches pokémon ich einsetze was in diesem fall clefki ist weil es einfach safe ist wir können auf jeden fall das letzte pokémon was ein green ninja ist mit thunder wave langsamer machen dass alle anderen pokémon die wir noch im team haben es auf jeden fall ausbieten können und auseinandernehmen können alles läuft gut mit bisschen glück der gegner setzt hier zur fein und da clefki an meiner stelle nur hp und death investment hat wird es auf jeden fall genug sein um es auseinanderziehen ist aber völlig okay clefki hat genug arbeit geleistet indem es das gegnerische pokémon paralysiert hat das reicht für den sieg würde ich beinahe behaupten wir holen an dieser stelle unser gar schon rein damit es sich seine siegestrophäe abholen kann denn es wird auf jeden fall das gegnerische kuninja ausbieten können ein step choice bandit earthquake wird es wahrscheinlich nicht überstehen aber stellt euch vor es wäre nicht paralysiert dann hätten wir diesen kampf auf jeden fall noch verloren denn step ice beam hätte gar schon mal viel auseinander genommen und wahrscheinlich auch nur unser mega agron haben wir mega agron doch ich glaube schon aber es war paralysiert wir haben es noch gerade so geschafft es wurden auf jeden fall viele fehler gegangen auf beiden seien dennoch ein spannendes und spaßiges match deswegen an dieser stelle vielen dank lieber lindo gut gespielt und natürlich bedanke mich auch bei euch liebe poké fans da draußen ich hoffe euch hat das match gefallen natürlich wie immer könnt ihr das ganze moveset oder die ganzen evs und die items meines pokémon teams in der beschreibung sehen zusätzlich dazu noch alle anderen wichtigen informationen freundescode links zu allen tollen die irgendwie mit diesem video was zu tun hatten schaut doch einfach mal rein zusätzlich dazu würde ich mich extrem über feedback freuen einfach gefallen euch die videos was würdet ihr besser machen gefällt euch das was ich mir der musik gemacht wenn wenn nicht werde ich demnächst wieder ganz normal machen mir persönlich gefällt es eigentlich ganz gut aber ist natürlich kein muss wie gesagt feedback ist mir wichtig um das produkt am ende noch besser zu gestalten deswegen bitte bitte alles in die comments schreiben beim liken des liken alles ist erlaubt ruft mich an meine telefonnummer steht sicher in einem telefonbuch eine weitere kommunikationsmöglichkeit bietet übrigens twitter ich habe jetzt meinen twitter account nochmal reaktiviert war bisschen inaktiv würde ich beinahe sagen auf jeden fall ist da auch ein link in die beschreibung eingefügt das heißt edit mich oder schreibt mir da schreibt mir von mir aus steve du dreckiger bastard spiel gegen mich weil wie gesagt kommunikation mit euch da draußen ist momentan ein bisschen schwer mit pms ich muss mir die namen merken ich habe mir mittlerweile eine coole liste zusammengebaut mit pms mit mit pms sage ich schon mit in game namen mit youtube namen mit skype namen theoretisch und da die übersicht zu behalten ist glaube ich gar nicht mal so einfach deswegen schreibt mir gerne bei twitter falls ihr irgendwas sehen wollt oder falls ihr mal spielen wollt alle sind herzlich laubt auf jeden fall vielen herzlichen dank fürs zu sehen wir sehen uns nächste woche wenn es wieder heiß spannende pokémon wifi matches mit mir steve auf super fun time vielen dank fürs zu sehen bis dann so Vielen Dank.